Musik 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 Jetzt dürfen wir gleich wieder das nächste Minibitch Minispiel spielen Heute hat er jetzt repassiert Klitzert, aha da ist Wasser, eine Säge Wir haben hier eine Ange dabei Aber wir könnten ja theoretisch mal versuchen raus zu angeln Geht sogar Als würde man so perfekt mit so einem kleinen Haken eine Säge rausziehen Schon klar Schon klar Und das nächste Minispiel Oh Gott Ok Noch nie gemacht? Hehehe Ordne die Gewichte so an, dass alle grüne Kolben nach unten gedrückt werden Ok Rot ist schwerer als hellblau Flo Oh 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 Ok Oh Scheiße. Ach, darf ich wieder Neustart machen? Äh, nochmal Neustart, aaaaaaahhhhhh. Darf ich bloß jetzt keinen Fehler machen? Ach, verdammt. Immer nur dasselbe Spiel, Michael, nur ein verflickstes Minispiel. 4 Effizienz, 4 Stärke, 4. Fuck. Scheiße. Ach, verdammt, schon wieder falsch. Willst du mich verarschen? Ach, scheiß drauf. Okay, fast richtig cupped. Okay. Aber wozu wir jetzt ne Scherl brauchen? Die Kiste verschlossen links wird, das regelt nicht sonderlich hart. Äh. Okay, sehen wir mal durch. Du musst das Grunde in das Ecke gehen holen. Äh. Wie? Wie? Leif... Wie? 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 hier gerade noch so, jetzt kommen wir auch endlich mal da rein Glück 3, Haltbarkeit 3 und Effizienz 4 und das nix im Wimmelbild Schauen wir mal, was wir alles finden hier Du findest doch eh alles Ja, ich bin da schon drin geübt Geweich Blitz Ich find das Zipi auf jeden Fall Ja, ich hab schon vor dir gefunden Winkelmesser, Winkelmesser Ach da, das da in der Mitte Ja, genau Und Medaillon Das ist kein Medaillon Was ist denn sonst ein Medaillon hier Ah, in der Krawatte, ey, ist das mies Versteckt, ey Du bist zu schnell Ja, sorry Ja, sorry Ich bin halt gut in sowas Oh, jetzt darf ich wieder puzzeln Okay, schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie zurechtrücken wieder Die Frau hier Die Frau hier Die Frau hier Die Frau hier Was ist denn noch hier in der Möntar? Oh ja klar, das Schloss für die Leiter, jetzt kriegen wir es auf einmal. Wer verkennt jetzt so eine scheiß Leiter? Oder versteckt es halt dieses Schloss? In der Firma ist Medaillon unter dem Bett. Egal. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir die Leiter. Oder weiß ich auch, wo wir schon mal hingehen und nicht uns aufhängen. Nee, Spaß. Ihr wollt doch in dieses Loch gucken, die Frau. Also, nächstes Wimmelbild. Okay, Granate. Welcher? Passierer? Guck, nur Moderatorin. Moderatorin und ein Nichtzuschauer dazu. Der Pfeffermügel, der Schaufel, Feuerzeug, der Brille. User, join your channel. Wer da? Mich ja. Hallöchen, hier ist der Herr von Glück. Oder auch nicht. Oder ne, der nächste Komoderatorin. Ich guck grad einen Spiel, der ist echt geil, Mann. Danke, danke. Bitte. Kenne ich gar nicht. Ja, der ist schon länger. Ja, der ist schon länger hier unterwegs bei uns an TS. Der könnte jetzt auch Komoderator, äh, Admin und Komoderator. Lippenstift ist hier. Oh Gott, ist die Flöte, Flöte hier hinten, wie es versteckt. Ah. Jetzt freut uns. Jetzt freut uns die verdammte Maus. Wer ist denn jetzt verschwunden wieder? Der, Abby oder Abby? Kurde. Jo. Maus. Maus, Maus, Maus. Wo ist die Maus? Alte Laus. Ah, Blechmaus, du willst mich verarschen. Da oben ist sie. So, und ich weiß mit der Blechmaus, wem wir da ärgern. Nämlich die Katze auf dem Sprengstoff in der Vase. Duft jagen oder was? Nö, die Katze mit der Blechmaus rauslocken. Aber jetzt nen Sprengstoff. Warum auch immer. So, jetzt haben wir dieses Stück, den Sprengstoff. Ähm. Und fehlt, uns fehlt noch der zweite Mauszeiger. Wo ist denn der? Ähm. Gute Frage. Nächste Frage. Wissen Sie, jetzt ging es so gut voran. Ah. Okay. Haben wir gefunden. Ähm. Wenn man mal genau die Plätze mal genau anschauen täte, würden wir uns auch sehen, dass da Biken frei liegt. Mann. Ja. So, nächstes Bisch. Die Übertragung wurde beendet. Die Übertragung wurde beendet. Bei mir läuft das früher noch. Da tutsch jetzt schon. Wird ich gar aufgehauen? Drück mal F5. Beim Tablet. Halt aktualisieren. Also bei mir läuft er gerade noch. OBS läuft bei mir auch gerade noch. Ganz gut. Warte. Na gut. Na vielleicht nur, weil ich grad Tanki angemacht hab. So, dann nehmen wir mal die Uhrzeiger wieder da hin. Ah, genau. 11.45 Uhr war's ja, oder? Ja, genau. Äh. So. Ne. 11 Uhr. So, wir dürfen die Figuren hier frei puzzeln wieder. Ihr wisst ihr, laute, in Puzzlen bin ich gut. Ja. Für dich wär bestimmt Talos so. Talos Prinzip oder was. bestimmt nur die das zebra haben wir schon mal der rücken vom elefanten glaube ich der rücken von der giraffe bein von der giraffe das sind die hinterläufe vom elefant dann haben wir die elefanten schon mal fertig das ist der arsch der giraffe und da ist der kopf vom nashorn was bekommen wir den komplett das komplette uhr gehauen heiße und jetzt würde ich mal sagen sprengen wir mal einen löwen in die luft warum wir auch immer das freisprengen müssen weil es das brecheisen wo sie gehabt hat hätte sie da das ding auch aufbrechen können aber nein sie muss ja das in die luft jagen unnötig ja schon irgendwie boom So... Das nächste Spiel, wo wir was suchen müssen. Da... Aber erstmal... Wir zurück. Frag mich nicht, warum ich das so leicht fraus finde, Leute. Das ist bei mir einfach nur instinktives Denken. Geliebt. Okay, dann... Das nächste Mini-Spiel... Wartet auf uns, Leute. Wartet auf uns, Leute. Und... Love. Beloved. Loving. Ich denke mal eher, dass es Beloved ist. Uh... ... 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 Das ist doch keiner der was sagt. Ja ich sag's nur vorsiesalber. Minispiel auf Minispiel oder? Seh ich doch jetzt schon kommen. Info. Bringe alle Scheiben in ihren entsprechenden Platz. Eine Scheibe kann nur an einem freien Platz wandern. So schau mir mal. Nee ernsthaft Bruder. Boah. Oh. Wo ist los? iblisk. Wow. Oh. 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 Was ist das? Was ist das? WTF 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 Das Gewehr ist eine edle Waffe, es ist schön und wirklich zugleich. Das ist wahr. Es kann Frieden sicherstellen oder großen Schaden anrichten, wenn du die richtige Munition hast.